Nummer 5 Für Gamer aller Art ist die Sharkoon Skiller Mech SGK3 eine gute Wahl. Mit ihrem auffälligen Design ist sie eine preisgünstige mechanische Garming-Tastatur mit robusten mechanischen Schaltern in einer Vielzahl von Farben, die jedem Stil gerecht werden. Darüber hinaus lässt sich die Tastatur dank der intuitiven Software individuell anpassen. So kann der Benutzer die Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern und aus rund 20 vollständig anpassbaren Lichteffekten wählen. Zu den weiteren Merkmalen gehören die Möglichkeit, bis zu 100 Makros zu speichern und einige Tasten durch farbige, gummierte Tasten mit gerendelter Oberfläche zu ersetzen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4 Die Redragon K552 RGB ist eine mechanische Tastatur mit kompaktem Tankiless Design. Ausgestattet mit Cherry MX Blue äquivalenten Tasten für Langlebigkeit, Reaktionsfähigkeit und präzises taktiles Feedback, ideal für Garming. Die RGB-Beleuchtung aller 87 mechanischen Tasten und die Auswahl zwischen 5 Modi und 5 Helligkeitsstufen bieten eine Vielzahl von Farben und ästhetischen Optionen. Die ABS-Tastenkappen sind auch bei starker Beleuchtung klar erkennbar und gewährleisten einen festen Kontakt mit den Tasten. Außerdem gibt es 12 Multimedia-Tasten und eine Anti-Ghosting-Funktion, die der Tastatur eine optimale Reaktionsfähigkeit verleiht. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3 Die Corsair K63 Tankiless ist eine mechanische Tastatur, die sich durch ihre hervorragende Leistung auszeichnet. Der Cherry MX Red Schalter sorgt seit jeher für eine hohe Leistung im kompetitiven Garming. Und das Tankiless-Design, also ohne Ziffernblock, passt perfekt auch in die engsten Räume, etwa im Büro oder auf Reisen. Das Besondere ist die schnelle drahtlose Option über Bluetooth von einer Millisekunde bei 2,4 GHz, die für Spiele optimiert ist, der kabelgebundene Modus und die Unterstützung der 128-Bit-AES-Verschlüsselung, die Schutz und ein hohes Maß an Sicherheit garantiert. Die rote Hintergrundbeleuchtung wird ebenfalls über die Corsair ICUE-Software aktiviert und in der Intensität angepasst. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Die Logitech G910 ist eine leistungsstärke mechanische Garming-Tastatur, die mit ROMA-G-Schaltern für schnelle Eingaben ausgestattet ist. Die neuen programmierbaren Tasten sind strategisch platziert, um die Bedienung zu erleichtern. Die Tastatur unterstützt die Integration mit ARX-Control über Android- und iOS-Geräte und ermöglicht den Zugriff auf Spielstatistiken und Systemdaten. Wer beim Spielen im Internet surft, kann das Smartphone bequem auf das Smart-Doc legen. Die programmierbare RGB-Beleuchtung mit 16 Millionen Farben ermöglicht eine individuelle Anpassung an Spiele oder Spielmodi. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Die SteelSeries Apex Pro gilt als die beste mechanische Garming-Tastatur. Sie bietet ein einzigartiges Maß an Individualisierung, da jede einzelne Taste auf die gewünschte Empfindlichkeit eingestellt werden kann. Es handelt sich um eine einzigartige Tastatur mit Omnipoint-Magnetschaltern, die Bewegungen zwischen 0,4 und 3,6 mm registrieren können und fünfmal schneller aktiviert werden als herkömmliche mechanische Schalter. Das Modell verfügt außerdem über ein praktisches OLED-Smart-Display zur Anzeige von Profilen, Updates und Einstellungen. Nicht zu vergessen die integrierten Multimedia-Tasten und die klickbare Metallrolle. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Das Modell verfügt auf den Link in der Beschreibung.